Musik Edward Ridgway Lassen Sie uns über die Situation sprechen, die mich zu... Die Situation? Ich glaube, wir wissen beide, warum ich hier bin. Sie sind der neue Bittsteller. Nun, ich bin zuversichtlich, dass wir... Zuversichtlich? Sie wollen mich rumkriegen? Ja, der Verlag wünscht sich einen Sensationserfolg aus der Feder der literarischen Löwin. Selbstverständlich wittert er eine Gelegenheit. Und ja, natürlich, ich will meinen Job behalten. Aber Fakt ist, Sie brauchen dieses Buch genauso. Was erlauben Sie sich? Sie urteilen über mich, Sie nichts? Sie würden literarische Größe ja nicht erkennen, wenn Sie daran ersticken. So, und jetzt packen Sie Ihre sieben Sachen. Und jetzt raus aus meinem Haus! Nun, man kann ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen. Die Vergangenheit sitzt uns auf der Schulter. Spottend fordert uns heraus. Sie auszulöschen. Ich bin mein ganzes Leben davongelaufen vor dem untrüglichen Gefühl, dass ich verdammt bin. Wir sind alle verdammt! Da bin ich mir nicht so sicher. Wir sind verdammt! Ich glaube nicht, dass ich verdammt bin. Ich bin mein ganzes Leben. 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 Ich bin mein ganzes Leben.